Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Das scheint eine komische Frage zu sein für Johannes den Täufer, diesen großen Mann Gottes, der den Weg des Herrn bereitet hat, der Jesus Christus verkündigt hat. Er stellt wirklich diese Frage, bist du derjenige, der kommen soll? Also bist du wirklich der Christus? Bist du derjenige, oder sollen wir auf einen anderen warten? Das sagt derjenige, der gesagt hat, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweg nimmt. Aber was lernen wir daraus? Dass große Männer Gottes, wie Johannes der Täufer, auch manchmal schwache Momente haben. Momente, in denen sie zweifeln. Und er hatte starke Zweifel in dem Moment, nicht wahr? Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Er zweifelte in diesem Moment, Johannes der Täufer, dass Jesus wirklich der Christus ist. Eigentlich unvorstellbar. Jetzt ist aber interessant zu lesen, wie Jesus darauf reagiert. Weiß Jesus ihn zu Recht in den nachfolgenden Versen? Überhaupt nicht, wie wir gleich sehen werden. Oder lesen wir denn irgendwie, dass Johannes der Täufer gar nicht gerettet war, weil er so starke Zweifel hatte in diesem einen Moment in seinem Leben? Auch das nicht. Lass uns weiterlesen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Zaube hören, Tote werden aufgeweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Wenn wir Zweifel haben und jeder kann Zweifel haben, wenn Johannes der Täufer Zweifel hatte, dann kann ich und du auch Zweifel haben. Wenn wir Zweifel haben, dann brauchen wir wieder Verkündigung von anderen. Was ich damit meine ist, wir brauchen andere Leute, die uns Gottes Wort zusprechen. Das, was uns als Menschen hilft. Natürlich könnten wir rein theoretisch einfach nur mit dem Heiligen Geist und der Bibel über die Runden kommen. Aber wir sind als Menschen für Gemeinschaft geschaffen, deswegen sollen wir eben regelmäßig zur Kirche gehen, unsere Versammlung nicht verlassen, wie es heißt, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahmen seht, weil wir es brauchen als Menschen, dass andere uns auch das Wort Gottes verkündigen. Natürlich könnten wir einfach nur selbst die Bibel lesen und durch den Heiligen Geist rein theoretisch alles verstehen, würden wir immer zu 100% im Heiligen Geist wandeln. Das ist auch, was die Bibel lehrt. Aber die Realität sieht so aus, dass wir es brauchen, dass andere uns das Wort Gottes verkündigen. Und das, was Jesus hier im Grunde genommen macht, er sagt den Jüngern des Johannes, geht hin und berichtet ihm Johannes, was er hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Arme wird das Evangelium verkündigt. Johannes hört dann eben das Wort Gottes, er hört, was Jesus für Taten tut. Und das ist eben, was wir brauchen, wenn wir Zweifel haben. Wir brauchen andere Leute, die uns das Wort Gottes zusprechen.